Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die, die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen. Vielen Dank an Hoss00312. Willkommen in Schildwall. Schön, dass du da bist. Denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Das tat ich. Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Terrier. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Kater. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drake's Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist doch falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Die ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach. Sie haben es versaut. Komm, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring. Nehmen Sie den Koffer. Und gehen Sie hier raus wie Gentleman. Solange Sie noch nicht haben. Wir sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Ja, moin. Die regt schon da richtig ab hier in der Olga. Aui, Junge. Ja, Mann. Bam. Wie ist das hier? Ey, auf den Typen auch noch. Ey, was ist los hier? Ja, du und ich. Na, komm jetzt. Komm, zack, zack. Genau, genau. Klack, klack hier. Komm, Sully. Auf geht's, Peter. Okay, Mann. Ey, ey, ey. Okay. Jawohl, der ist down. Komm, hier. Bam, bam. Wuh! Oh, Sully, alter. Richtiger. Badass. Ja, Mann. Doppelfaust hier. Bam, bam, bam. Wuhi. Weiter geht's mit dir. Action, Freunde. Endlich. Oh, shit. Ja, moin. Mit jeder guten Barstigerei vorkommen. Schnapp ihn. Hey, das war mein Drink. Werfen Sie jetzt, ich weiß nicht. Okay. Komm schon, Jungs, hört auf damit, ja? Oh, ja, Pam, pam. Ja, Feuerlöscher, wuhu. So, will keiner mehr da was. Ja, moin, alter, aus dem fucking Fenster raus. Fünftes Stock, kein Ding, Flinking. Komm, äh, was ist hier los? Wow, das ist eigentlich richtig auf die Fresse. Komm. Ja, moin. Na, guck mal, Klassiker wäre schon mal außer Gefahr. Da wäre nur noch im Spiel sitzen. Ey, scheiß Barman, was ist los mit dir, äh? Ach, wie ist es so? Schon da skaliert, ne? Ja, 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 ja. Ach, da ist wieder Igo. Ige, ist das ekelig. Mann, wie übel. Komm schon! Lulchen, gib mal ein Moment. Ich bin gleich bei dir. Gut, Lulchen, hab dir das. Okay, ich bin hier. Okay, ich bin hier. Oh mein Gott. Moin, richtig, die Fresse poliert den Boy. Ja lieber, guck mal, da. Scheiße, Gott, der Wichser. Du hast eine Fresse, das ist aber auch alles, Junge, komm, bitte, bitte, fresse in die Fritteuse rein, komm, komm. Ja, gut, und das ist auch halt, ne. Können wir was abstellen? Man will schon die ganze Bude zerlegen, wenn ich sie die Rechnung so hoch treiben. Boogie Simulator. Komm her, komm her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey, 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 dort genug. Oder, Kumpel? Nicht. Bleib unten. Äh, 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 äh. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein. Sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Katter! Oh nein! Oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Eure Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte. Das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Oh Gott. Oh Gott. mbergss! 20 jahre so zwei stunden dieses spiel so ja wohl 20 jahre großes aus kleinen ursprüngen sr francis drake so schütt so schüttler gab es ein bisschen doof mit dem licht da ey warte mal schüttler cool englische boote und das hier so das ist wie so ein okay finde ich cool ist das hier das bestimmt der schützling äh der schützling das ist bestimmt der vorne unser sally sally molly okay anscheinend nicht okay auch junge spiel und ich mag dich ja aber jetzt gerade tschüss kompass tschüss ja man ich habe den ersten schatz gewonnen also ich habe ihn jetzt gestohlen naja egal ich bin jetzt mal vielleicht oben tschüss 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 Da ist der Ring Da ist der Ring Da ist der Ring Da ist der Ring Die sind Kabbalah Es ging lächst sie Hör, wirklich pokur Schmeiße mich jetzt raus, der Wichser. Oh, da ist er ja. Ich muss dranbleiben. Das ist der bestimmte. Ah, da ist der. Warte! 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 Oh, ich darf doch, oder? Warte, wir sind hier! Wow! Ja, war eh verfault. Warte! Warte! Warte!